Ladies and gentlemen, liebe Pelikanen, willkommen zu SoFuck. Letztes Mal haben wir die Polizeistation infiltriert und jetzt müssen wir Jarek Platt machen. Ich habe noch eine fucking Idee, wer Jarek ist. Und ich weiß nicht. Aber der kann weiterlaufen, deswegen habe ich mit ihm getauscht. Oh, ich sehe, du musst essen. Mikroaggression! Hit'em! Ich habe das fucking Balls. Oh, 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 oh. No kids in touching range. This is so frustrating. Kiss your turn goodbye. Time to DIY some justice. Wanna see if we can all squeeze into my before picture pants? Du ble limited! He got fucking drill. Go Butthole! But Lord rectum. Butthole wrecked him. Ich glaube ich habe die Folge gesehen. Die ist alt, die Scheiße. Das ist alles genau wie meine PR-Planzen. Ich bin scheiße alt gewesen. Ich bin sehr froh, mein Vater zu finden. Ich bin sehr froh, mein Vater zu finden. Ja, ich bin. Vielleicht. Ich bin sehr froh. Fuck, ich komme da nicht hin. Er hat den Spot geklaut. Ich bin sehr froh in den Spot gegangen, dass er richtig sprechen darf von mir. Was ist das? Jage deine Feine und stehe mit deiner Berührung ein. Bewirke deine Verteidigungssenkung. Erschrecke und verwirre deine Gegner. Känsehnte, ja, verbündet mit deinem Leben. Fuck, wie kann er das machen? Wer tötet mich denn halt? Fuck. Ich komme zurück ins Leben. Das ist doch schon mal was. All right, now let's go. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt habe ich hier wieder den Schlag. Oh. Gut. Der Expo da kann ich nicht hin. Ich bin schon hier. Nein. So. Müssen wir nicht ... So, dann überspringen wir jetzt. Was? Wieder ihn aufs Maul. Und jetzt schlitzen wir ihn auf. Bam! Beautiful! Beautiful. Chubway. Chubbies! Nukin, fang in der Mitte! Nein! Bitte, bitte, ich bin sorry! Ich werde dir nichts sagen! Was ist die Polizei schützt? Es gibt mehr Schäden unten. Die Schäden, fangen den Elevator an. Die Prizonen gehen da, aber sie nicht zurückkommen. Was ist der Kode? Wie soll ich wissen? Ja, ja, ich habe ihn in den Texten. 1477. Bitte, ich bin sorry. Es ist nur, dass ich mit Kindern liebe, weil ich nie ein Kind von meiner eigenen Kindheit hatte. Ja, das ist es. Ich liebe Kinder, weil ich nie ein Kind von meiner Kindheit hatte. Es ist eure Entscheidung, Nukin. Part of being a Superhero is deciding what to do in Moments like Lee's. Trüge ich aneinander an fucking Y. Wow, dude, that was hardcore. Ich habe nicht von der Chance gegeben. Alright, well, that was pretty uncomfortable. I know being a vector for disease is kind of my thing, but I feel kind of dirty. Können wir was mit dem Körper tun? Ja. Ja. Das ist etwas, was man nicht jeden Tag sehen kann. Eine Fart-Execution. Ja. 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 Black Lives Matter Was ist mit dem los? Was? Okay Was ist noch etwas von Bedeutung? Okay Not bad Not bad Not bad Was ist das? Hallo? Hallo, jemand ist da? Nein, ich glaube, niemand ist da Oder sonst haben sie etwas gesagt All right, dann Es ist nur ich und du, Kitty Niemand wird uns hier finden Komm schon, gib mir das gut Hey, stop es Hold still Oh, aber Nens, der Kat ist weg Ich kann nicht sehen In hier Es klingt wie der Kat ist In die Toxic Chemikalien Uh oh Darn, das ist nicht gut Ich hoffe, dass die Toxic Chemikalien Ich habe gerade gesprochen, was auf dem Boden Oh nein, ich glaube, sie waren Das Chemikalien zusammen auf dem Boden Es wird ein Gas Das wird mich in Sekunden Blast es, da ist das Gas Ja Es wird mich definitiv Jetzt Es wird mich wieder Die Flöten Die Flöten Was ist das? Was ist das? Oh, ich glaube Ich werde mich nicht umgehen Jetzt Wo ist dieser Kat? Das ist ein Blast Oh nein Ich glaube, der Kat hat einfach in den Katzen Der Gasband hat sich in den Raum gefüllt. Der Gas hat mich wiederum. Ich bin wiederum. Es scheint die Schmerzen der Tür zu veröffentlicht. Ja, die Schmerzen der Tür zu veröffentlicht. Und ich bin hier. Ich muss hier raus. Hier ist es. Hier ist es. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und ich bin hier. Ich hoffe es klieren. Echt entlang. Das ist schrecklich. Aber ich hab keine Angst. Es ist so schrecklich. Ich habe siege. Ich werde dir das schon einmal zuhhalzen. Wenn du dich bist, lesser teilst. Es ist zählen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. uerher. Ich bin hier. Ich bin hier. Nein, ich bin hier. Ok. Verkauft. Gut, was gibt es hier? Dann nehmen wir uns das hier. Hier oben müssen wir es kaputt machen. Dann müssen wir da den Hamster reinwerfen. Beautiful. Ab in unseren Arsch rein. Wunderprächtig. Aufladen. Releasen. Du better do that. Nein, jetzt. Achso. Ich hole den Cover noch hin. Es ist verletzt. New kid, find the key. Hurry. Where the fuck is the key? Find the key. Hurry, I said. Yet, you're standing here. There's nowhere else to go, but down here. Hey. Wo ist der scheiß Schlüssel? Nee, zurück können wir nicht gehen im Soundnower sein. Da kamen diese Schwänze raus. Ich muss den Schlüssel aufmachen oder muss ich da rein furzen? Wo ist der fucking Schlüssel? Ja, das ist verstanden. Ja, das ist verstanden. Du 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 du. Ja, das ist verstanden. Ja, das ist verstanden. Ja, das ist verstanden. Let's go, boys. Und, girls. Und, girls? So, jetzt setzen wir den ersten mal ins Gesicht, und dann ziehen wir uns da hoch. Okay, let's fucking go! Das ist auch meine Idee gewesen, aber erstmal checken wir was wir hier alles für geile Sachen haben. Muss sein. Jetzt sehen wir die fucking Porno aus. Die sehen fucking Porno aus. Wir machen auf jeden Fall zwei Macaroni Bilder. Wiederbedebungstränke brauchen wir auf jeden Fall welche bestimmt. Dann machen wir auch mal zwei. Kese Diaz machen wir auch fucking zwei. Shit, davon machen wir von mir aus auch eins. Charakterbögen checken wir auch nochmal ab. Gebündete haben wir alle. Wir haben alle! Wir haben noch nicht von allen die Bögen. Schwörungen haben wir auch erst zwei von vier. Ja. Ja. Was haben wir denn noch mal bequen jetzt? Ach so, den nicht bequen jetzt. Okay, let's go! Oh my god. Ja. 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 Das ist ein Schub. Mega Rump. we have to end this now okay took another one in oh fucking hell no the all mother can't stand right shut nigger the all mother demands black flesh so i'm not afraid kill the unbelievers no no weakness oh mighty shut nigger up all mother with a thousand young I'm sure we'll have to sort it out shortly time to DIY some justice you filthy motherfuckers get in there new kid oh god we're going to die oh god we're going to die oh god we're going to die I don't want to die I don't want to die not in my backyard you thugs have no respect for the bad so fucking true yeah yeah spare your servants flare your enemies old black goat oh that gross bitch just fucking ovulated go butthole now that was a punching this is my time damn misterion it's like you're actually trained for this shit or something that was a this is the one we have to do you have to do we have to do that is the one the one is for the one that is this one Abgefuckten Position hier. Da ist genau das behindert hier. Ich hole ihn mal weg da. Damit ich ihn später wieder weghauen kann. Also anders weghauen. Wutsch. Ich bin bereit, um die schweren Arten zu verbrechen. Ich habe die Doppelgezwungen. Das sind meine Eltern, also ich werde sie zurück. Du hast das, Scheiße. Du hast das, Scheiße. Ich bin dein Schmerz. 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 Hier geht's. Ich bin dein Schmerz. So müssen wir die machen, okay? Ist nicht zufrieden mit der Gesamtsituation, wie ich das sehe. Ich bin dein Schmerz. Versperrt den Weg, das ist nicht so geil. Was ist denn jetzt? Falscher Angriff. Und dann musst du rauslaufen. Okay, wie hat den getötet, das ist halt so wild. Ah, das heißt, wenn der draußen ist, dann macht er diesen Todes. Ja, da steht der gut, meine Frau Kass. Das muss man doch nicht lassen. Ähm, ich fick den jetzt weg. Das steht hier echt ungünstig. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ich hab das. Fuck, so kann ich schwanz da. Shit. Oh, jetzt aber. You're taking care of business, buttlord. Uh oh, when Mysterion rolls up his sleeves, weird shit happens. Sweat down for world damage! Bitch! Er rast sich wieder aus. Kein Bock da zu stehen. Oh, echt, kein Bock da zu stehen. Ach, so muhen wir wieder, ey. Das ist echt so die in diese Drecksteile gleich. Fuck. 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 Buttlord's really givin' him shit. Fuck. Nein, falsche Attacke. Abust. Fuck. 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 Ich bin doch rausgekommen. So, bin ich. Gott sei Dank. So, die hauen ab. So, die hauen ab. Sie wollen ein paar Brewskies nach dem, oder? Vielleicht fangen die Spiel? Du hast meine Meinung. Back in action. Ist es noch ein Zeitpunkt? So, jetzt haben wir gefressen, jetzt haben wir ein bisschen Leben wieder. Jetzt sind wir in der Phase, flüssig, nein. Shit. Was willst du in diesem Film, Skirion? Wenn wir die nichts hätten, müssen wir einfach wieder zurückschmeißen. Das ist ein Kocksucker. Keine Ultis-Bereignis, bringt nichts. Braucht mir irgendwas, was die Leute wegschiebt. Aber das sieht auch gut aus. Ja, da hinten, das stößt so gut. Fuck, der muss einst tiefer gehen. Oh, mein Boy. Noch einmal, noch einen Weißen muss ich wieder reinzirkeln. Dann rastet das Vieh komplett aus. Wir werden dann noch zurückgeworfen, was zu bringen. Oh, der stirbt. Fuck. Da steht er gut. So, was, wir töten mal einen hier von dem. Mit dem wir nachher auf den Sack gehen. Ich hätte den anderen töten sollen. Oh, egal. Warum nicht mit dieser Sack kann man... Nee, wir wollen die nicht töten. Ja, wir leben ja noch mäßig. Bisschen süß. Ja, das ist nicht over. Fuck, der blockiert jetzt den anderen. Yo. Move, asshole. Okay, soweit wollen wir in Sicherheit. Jetzt kommt der letzte Move. Wo wir die weißen... Ach, er überlebt was. Na gut. Oh, shit. Der kann ja nix bauen von der Pose aus. Der fucking Jus was hier hinten. Und der ist auch fucking Jus. Fuck, nee. Fuck, nee. Fuck, nee. Fuck, nee. Fuck, nee. Fuck, nee. Noch ein Ding. Fuck you. Fuck. Fuck, nee. Fuck. Fuck. Fuck, nee. Fuck. holen nein das war ein geiler Boss Putz epischen Platz haben wir bekommen das war geil das war ein absolut Bosshafter Fight ich kann nicht glauben, dass die kleinen nirgenden das war danke ich fühle mich endlich in dieser ganzen Stadt du bist willkommen, wer sind Sie? oh mein Gott, wir haben 100 Euro für unsere Fantasien auf den Boden fucking Cooner, Fritz fuck ja, ihr seid wir haben es geschafft, Mann das war großartig 100 Dollar mit Lord Onion hier ist es wo, wo, warte was passiert? wo, 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 wo? wo, 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 wo? not alle jetzt Four ja wir pine Wenn wir den Plan der Polizistischen Polizisten haben, wir erhalten das $100.00. Oh ja? Wir versuchen es zu nehmen von uns. Wir werden! Civil War 3! Das ist es, Neukid. Wir werden dich entfernt. Nein, Mysterion. Wir werden nicht den Neukid kämpfen. Sie werden. Okay, Neukid, Zeit zu sterben. Wir holen diese kleine Scheine! Ich werde ihn weg, Tadkick! Haha! Mad Christy Hammett muss mich aus Ihrem Metallbauer! Okay, aber warum nicht mein Ring get hacked? Sorry! Alles klar! Wunderfrechtig! Haben wir den Boss umgezwiebelt. Im nächsten Folge gucken wir mal wie es hier weiter geht. Civil War 3 ist incoming. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal!